Nun möchte ich euch noch ein paar Highlights von CLICK vorstellen. Beginnen mit unserem Modell Custer. Das ist eine richtig tolle, wattierte Fleecejacke, die in der Front und auch am Rücken eine Isolierung eingearbeitet hat. Der Rest der Jacke, sprich Schulter, Ärmel, Seiten, sind mit einem stretchigen Fleece versehen. Das heißt, ich habe uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, aber trotzdem wirklich eine tolle Wärmeleistung. Was macht die Jacke besonders? Die Jacke macht ganz besonders, dass sie in der Front, in der Isolierung und eben auch in der Rückenpartie Reflexion eingearbeitet hat. Das heißt, ich habe in der dunklen Jahreszeit Sichtbarkeit. Nämlich dann, wenn ich sie brauche, sprich, wenn ich angestreit werde. Des Weiteren hat die Jacke zwei äußere Zipptaschen. Die Jacke hat zwei Innentaschen, dann auch nochmal am Ärmel eine fünfte Tasche. Also das heißt, ich habe jede Menge Verstaumöglichkeiten auch bei dieser Jacke. Und die Jacke gibt es natürlich sowohl für die Damen wie auch für die Herren. Ein weiteres Highlight von Klick ist unsere Classic Rain Jacket. Hier haben wir einen Unisex-Parker, ist ja ein bisschen länger geschnitten. Gibt es in vier Farben, nämlich in Oliv, wie ihr es hier seht. In Blau, Marineblau und Schwarz. Geht von XS bis 3XL, 4XL hoch. Es sind immer Doppelgrößen. Was macht die Jacke besonders? Es ist wirklich eine komplette Regenjacke mit sehr schönen modischen Details auch abgesetzt. Sie hat eine 8000er Wassersäule, also sie ist wirklich zu 100% wasserdicht. Hat auch beispielsweise getapte Nähte, damit auch durch die Nähte keine Feuchtigkeit eindringen kann. Sonst ist die Jacke super leicht und der perfekte Begleiter im Regen. Egal, ob ich mit dem Hund spazieren gehe, für sämtliche Varianten eine wirklich ganz, ganz tolle Regenjacke. Als dritte Jacke sehen wir hier unsere Colorado Jacket. Gibt es wiederum für Damen und für Herren getrennt. Also das heißt einmal im Damschnitt, wie ihr es hier seht, aber auch in einem Regular Fit für die Herren. Es ist eine Kunstdaunjacke, das heißt ich habe eine unheimlich dicke Isolierung komplett und damit eine wahnsinnig hohe Wärmeleistung. Außerdem ist die Jacke TPU-beschichtet, das heißt sie hat einen TPU-Film drauf für eine noch höhere Schmutz-, Wasser- und Windabweisung. Die Jacke hat eine 5000er Wassersäule, auch dadurch bedingt. Und ja, hält auch mal einen stärkeren Regenschauer gut aus. Ich habe auch hier zwei Seitentaschen. Ich habe eine Brusttasche, auch die hat nochmal einen wasserdichten Reißverschluss. Das heißt, ich kann auch dort meinen Geldbeutel oder mein Handy reinstecken, ohne dass ich Angst haben muss, dass es feucht wird, dass es nass wird. Des Weiteren hat die Jacke eine tolle Kapuze, die man sehr, sehr schön verstellen kann. Das heißt, ich kann sie wirklich jeder Kopfform anpassen. Oder eben sie im Zweifel, wenn sie mich stört, auch ganz einfach per Reißverschluss austrennen. Des Weiteren haben wir ein paar kleine, feine Details. Wir haben einen Materialmix, also zwei verschiedene Materialien eingearbeitet. Die Jacke ist also nicht nur von der Funktion ein absoluter Renner, sondern auch optisch ein totaler Hingucker. Es gibt sie in blau und in schwarz, wie gesagt, für Damen und für Herren. Bis zum nächsten Mal.